Hallo zusammen, ich heisse Luca und arbeite im zweiten Lehrjahr als Müller bei Stadtmüli Schenk. Ich würde Ihnen gerne meinen Berufsalltag mit meinem Mitstift mit Moritz zeigen. Das Coole am Beruf ist, dass er sehr abwechslungsreich ist und man viele verschiedene Dinge machen kann. Es ist eine gute Mischung zwischen stehen oder laufen und sitzen. Die Voraussetzungen sind, dass es einem nichts ausmacht, wenn man viel steht oder laufen muss. Es wäre vorteilhaft, wenn man gut im Mathe ist. Man muss einfach ein gewisses Interesse am Lebensmittel mitbringen. Die Stadtmüller Schenk ist eine moderne, vollautomatische Mühle mit motivierten Mitarbeitern. Der Mühler wird viel gesucht nach der Lehre und man hat auch Weiterbildungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel die Mühlereifachschule in St. Gallen oder Lebensmitteltechnologie studieren. Ihr habt jetzt ein bisschen über den Beruf Mühler gesehen und ich hoffe es hat euch gefallen. Tschüss zusammen! Sauber in der Richtung und am nächsten Mal. Once zur Hölle café Vielen Dank.